Glück auf Polonia ist der Name des neuen Sonderheftes, das Reviersport in Zusammenarbeit mit dem polnischen Generalkonsulat erstellt hat. Am Dienstag wurde das Heft im Konsulat in Köln offiziell vorgestellt. Schön, dass Sie bei diesem herrlichen Wetter einen guten Auftrag der Woche mit einem sehr schönen Thema, als Sie jetzt schon im Fußballthema, haben dürfen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier beim polnischen Generalkonsulat. Und in zehn Tagen, meine Damen und Herren, in zehn Tagen wird Polen 12.0 gegen Griechenland gewinnen. Und bei diesem Spiel wird auch Nordrhein-Westfalen ganz gut vertreten sein. Nicht nur wegen den drei Jungs von Bolsa Dortmund, sondern auch von zwei, die sich sozusagen zwischen den Welten bewegen und bewegten. Eugen Polanski, eigentlich beheimatet in Viersen, sowie Basti Bündisch im heiligen Haus zu Hause, werden wohl, so die Medien frisch aus Polen mitgebracht, auch am 8. starten. Und das ist auch das, unter anderem das Hauptthema, mit dem wir uns hier beschäftigt hatten. Am Tag drauf, am 9. wird wohl ein weiterer Nordrhein-Westfalen mit polnischer Abstammung, Lukas Podolski, das Spiel gegen Portugal entscheiden. Und damit ist das Thema rund und wir sind perfekt mit unserem Heft. Glück auf Polonia! Vor Ort war auch der ehemalige Kölner Andrzej Rudi, der im Sonderheft ausführlich zu Wort kommt. Ja, Andrzej Rudi, in zehn Tagen beginnt die Europameisterschaft mit dem Öffnungsspiel, Polen gegen Griechenland. Welchen Tipp haben Sie denn, was Ihre Landsleute schaffen? Ja, ich hoffe, dass wir einfach eine gute Europameisterschaft erleben und sehr freundlich und friedlich. Und ich hoffe, dass das ein Fußballfest wird. Und natürlich der Beste, der sich das im Verlauf der Fußball-Europameisterschaft verdient, glaube ich, soll auch der Europameister sein. Aber Ihr Herz wird doch wohl Polen schlagen, oder nicht? Ja, natürlich. Mein Herz schlägt auch für Polen, aber ich lebe sehr glücklich eigentlich seit Jahren in Deutschland. Und ich glaube, wenn die Polen aus der Gruppe rauskommen, dann haben sie sich schon sehr gut verkauft. Und natürlich irgendwann wird man auch zu Deutschland halten, weil ich denke, den Fußball, den Deutsche seit langem spielen, das ist sehr frischer Fußball. Und das ist das, was mich auch begeistert. Und ich bin auf jeden Fall auch auf diese Art und Weise auch Fan vom deutschen Fußball.